Wir sind heute im Restaurant Stadtkind in Bünde und haben uns hier verabredet mit unserem Geschäftsführer Alexander Müller. Alexander, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Alexander, du bist jetzt ziemlich genau seit drei Monaten als neuer Geschäftsführer des SV Rödinghausen und der Sportmarketing am Wien im Amt. Hast du dich schon gut eingelebt? Absolut. Also die Einlebephase oder die ersten drei Monate gingen sehr, sehr leicht von der Hand. Also es wurde mir leicht gemacht. Ich fühle mich extrem wohl. Ich habe den Schritt noch zu keiner Sekunde bereut zum SVR zu wechseln. Wir haben ein tolles Team, tolles Umfeld, ein super Vorstand, der absolut stimmig ist, der funktioniert. Und deshalb ist es mir leicht gefallen, hier Fuß zu fassen und hier zu starten. Wie genau sehen deine Aufgaben jetzt aus? Also grundsätzlich geht es für mich viel um Vermarktung. Das heißt Werbeflächen verkaufen, Sponsoren suchen, Sponsoren halten, so ein bisschen drumherum, was zu tun. Die Professionalisierung ist ein wichtiger Punkt für uns, dass wir da einfach noch mehr Schritte nach vorne machen. In Zukunft aber auch die Organisation der Heimspiele, die Gesamtorganisation des Vereins ist ein wichtiger Punkt, den wir angehen. Aber auch Finanzen, Budgetierung, Stadionmanagement, das sind so die Hauptaufgaben, die ich habe. Das ist schon einiges, was da in deinen Aufgabenbereich reinfällt. Und mit deinen 29 Jahren hast du ja trotz allem schon recht viel Erfahrung im Sportmanagement, oder? Absolut. Also ich habe fast vier Jahre in Vechta gearbeitet, im Basketball. Dort haben wir es geschafft, in relativ kurzer Zeit drei Aufstiege zu realisieren, bis in die BQBBL. Ich bin dann aufgrund neuer Herausforderungen, ich habe eine neue Herausforderung gesucht, zum TVM Stetten in den Handball gewechselt. Da hat es nicht so gut funktioniert, ohne näher darauf eingehen zu wollen. Und ich hatte sehr, sehr gute Gespräche und lange Gespräche mit Herrn Finkemeier. Damals er hat sich sehr um mich bemüht und deshalb habe ich den Schritt gewagt zum SVR. Und wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Basketball, Handball, jetzt Fußball. Welche dieser Sportarten liegt dir am besten? Schwierig. Fußball natürlich. Ich habe Fußball selber gespielt. Aber klar, man identifiziert sich natürlich mit den Sportarten, wo man gerade tätig ist. Und ich kann sagen, dass ich schon ein absoluter Basketballfan geworden bin in der Zeit und Vechta. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Wir haben viel auf die Beine gestellt in der kurzen Zeit. Ich habe relativ früh Verantwortung übernehmen dürfen, müssen. Das kam mir sehr, sehr gut zugute. Und da kann ich schon sagen, dass ich den Basketball und auch den Handball natürlich noch verfolge und das auch in Zukunft tun werde. Fußball, du hast es eben kurz angesprochen, hast du selbst gespielt. Inwiefern warst du da aktiv? Genau. Ich habe seit klein auf, seitdem ich fünf war, selber auch aktiv Fußball gespielt war. In der Jugend in Rostock im Fußballinternat bei Hansa und beim VfL aus der Brücke unter anderem. Ich habe dann relativ viele Probleme gehabt mit Verletzungen etc. Wo es dann nachher hinten raus schwierig wurde, das wieder rauszuholen bzw. dann in der Profilaufbahn einzuschlagen. Und ich habe mich dann für den Weg entschieden, einfach zu studieren Richtung Sport. Ich wollte gerne im Sport bleiben, sodass ich den Sportmanagementstudien dann abgeschlossen habe. Und auch das, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es getan habe und ich fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Aufgabe. Wie man sieht ja auch durch die Erfolge in der noch jungen Vergangenheit absolut auch eine Bestätigung für dich da. Du bist zwar jetzt erst drei Monate beim SV Rödinghausen. Trotz allem, was sind deine Visionen, deine Ziele? Wo siehst du den SVR in ein paar Jahren? Sehr, sehr schwierige Frage. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind für ein Regionalliga-Team. Wir haben ein wunderschönes Stadion, wir haben tolle Leute im Umfeld, wir haben wirklich ein Top-Team um das Team herum. Wir haben dieses Jahr eine absolut junge, hungrige Mannschaft, die Herr Gretler und unser Coach Mario Emisch da auf die Beine gestellt haben. Das muss ich einfach sagen, großes Lob. Es ist extrem schwierig. Wir wollen jetzt erstmal uns ein bisschen etablieren in der Regionalliga, gute Spiele anbieten, den Zuschauern tolle Fußballspiele bieten im Hecker-Wien-Stadion oder auch auswärts. Und dann müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Wir müssen professioneller werden. Da ist einfach noch ein bisschen was liegen geblieben durch die schnellen Aufstiege, was völlig normal ist. Da müssen wir ein bisschen aufholen, da müssen wir ein bisschen noch professioneller werden, uns noch breiter aufstellen und dann gucken wir mal, wo wir in zwei bis drei Jahren sind. Viele, viele spannende Aufgaben, die da auf dich warten, die in der nahen Zukunft da auf dich zukommen werden. Wird also so schnell nicht langweilig beim SV Odinghausen. Langweilig wird es jetzt auch nicht in der ganz nahen Zukunft, denn jetzt kommen erstmal zwei wichtige Auswärtsspiele gegen die Sportfreunde Lotte. Zum einen am Freitagabend am 4.9. ab 19 Uhr in der Meisterschaft und dann am Dienstagabend am 8.9. auch ab 19 Uhr im Kronenbacher Westfalen-Pokal. Also auch da ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wir würden uns freuen, wenn wir auf Ihre Unterstützung dort in Lotte zählen können. Wir sehen uns sicherlich dort. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Servus. Bis zum nächsten Mal.